Hallo zusammen, Rizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest Arcanus Dutzen anzunehmen bei Calegos, dieses Abbild. Immer zur blauen Gebirge, an dieser Position. Vor Quest war die vielen Abbilder von Calegos. Nehme hier die Quest mal an. Nun darf man direkt hier an dieser Position diesen extra Knopf drücken oder hier dieses Item benutzen, total egal. Jetzt haben wir ein Late Scepter bekommen und mit diesem Late Scepter müssen wir zwei Positionen aussuchen. Welche Position ihr zuerst macht, ist total egal. Wir sind normalerweise ein paar Gegner, könnt ihr töten oder müsst ihr töten sogar. Ich zieh mal das Quest Item in die Leiste und nutze es dann. Hätte ich auch direkt aus dem Inventar nutzen können. Jetzt wurde ich zur Seite gekickt, warum das denn? Dann nutze ich es jetzt nochmal. Ah, man darf anscheinend nicht in der Mitte stehen, sonst wird man weggeschleudert. Okay, dann machen wir es bei der nächsten Position direkt richtig. Hier sind auch zwei Gegner. Bei der ersten Position habe ich die Map nicht aufgemacht, weil es gleich daneben war. Hier kann ich die Map gerne aufmachen. Hier bin ich. Die zweite Position, östliches Arkanes Feld und Item nutzen. Quest ist bereit zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Kalegos. Dieses Spiegelbild. Immer zur blauen Gebirge. An dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao.